Was geht ab, Leute? Ich hab's euch versprochen, heute kommt noch ein Video. Und in diesem Video stellen wir uns die Frage, wie gut seid ihr als Geschäftsleute? Mmh, bleibt dran! In Bechern schwingende Lieder. So philosophisch ist dieses wundervolle Event deklariert. Das Weinlesefest hat begonnen, Leute. Und ein Part des Weinlesefests machen mir persönlich seltsamerweise verdammt viel Spaß. Zunächst einmal, um das Ganze hier überhaupt freizuschalten, müsst ihr den Auftrag erfüllt haben. Dafür öffnet ihr einfach nur das Aktionsmenü, geht auf in Bechern schwingende Lieder, dann auch festliche Anekdoten, Klänge aus der Ferne, macht dort die Story. Und ganz ehrlich, am Ende dieses ganzen Events werde ich das alles noch einmal komplett zusammenfassen. Für den Fall, dass ihr es verpasst habt, aber auch für den Fall, dass ihr ein bisschen knapp bei Zeit wart. Und nicht alles euch durchlesen könntet, weil da sind sehr, sehr viele interessante Dinge bezüglich der Lore versteckt. Und ich finde, das sollten wir mal festhalten. Aber so viel erstmal dazu. Dann spielt ihr ein bisschen die Story, klickt euch ein bisschen durch, ne? Und früher oder später habt ihr dann hier Bernhard, mit dem ihr dann interagieren könnt. Und ihr habt einen Stand. Und ihr könnt den Stand anzünden. Nein, das solltet ihr lieber nicht machen. Aber ihr könnt in diesem Stand Geld verdienen, wenn wohltätigen. Also ist unser Ziel eine satte Million. Oh ja. Wenn wir auf Aktionsdetails klicken und hier oben auf den dritten Reiter gehen, dann sehen wir wohltätige Kreativität. Zum einen müsst ihr ein paar Mittel beschaffen. Das ist relativ simpel gemacht, indem ihr eigentlich euch nur durchklickt. Die Story geleitet euch da ein bisschen durch und danach kauft ihr die Materialien. Dann allerdings gibt es diesen zweiten Part. Und dort kommt es auf Umsatz. Oh ja. Viele wissen es nicht, aber ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ja, 75% aller Module der Betriebswirtschaftslehrer. Ich kann Geld machen. Okay, frag mich nicht, warum ich ein armer YouTuber bin. Aber in-game, vor allem wenn es um wohltätige Zwecke geht. Mmh. Oh, Marker City. Überlasst es mir. Wir gehen zum Laden. Ja. Und dort erwarten uns Kundenzyklen. Um diese Kundenzyklen überhaupt frei zu spielen, müssen wir erstmal mit Bernhard reden. Bernhard passt so ein bisschen auf den Laden noch. Wirst du Bescheid? Du bist ein kräftiger Kerl. Dann klickt er auf Überladen. Dann klickt er auf Über den Laden. Und ihr seid in diesem Menü drin. Was müsst ihr machen? Ihr müsst dafür sorgen, dass die Warenqualität passt bis zu einer gewissen Grenze. Das gleiche muss aber natürlich auch unter einer gewissen betrieblichen Effizienz sein. Und die Dienstleistungen müssen ja auch stimmen. Ihr habt ein gewisses Budget hier oben. Verfügbare Finanzmittel. Damit könnt ihr eigentlich auf das Plus-Symbol klicken und dann diese ganzen Grenzen erreichen. Aber ihr werdet sehen, die Finanzmittel reichen nicht aus. Von daher habt ihr hier oben ein paar Symbole, wo ihr raufklickt. Je nach Zyklus scheinen sich noch mehr dieser Button frei. Dort rein könnt ihr dann ein paar Buffs sozusagen reinwerken. Setzen wir mal alles erstmal zurück. Wir sehen, die Warenqualität ist relativ weit oben. Sprich, da müssen wir jetzt vielleicht nicht sehr viel machen, sondern uns vielleicht eher um die Effizienz und die Dienstleistung kümmern. Und ihr seht, ihr habt eigentlich im Prinzip überall die ähnlichen Sachen. Wie zum Beispiel jetzt die Dienstleistungen werden stark verbessert. Wenn wir jetzt das einfach bestätigen, dann seht ihr, wir sind jetzt hier schon drüber. Aber Warenqualität und Betriebseffizienz leidet drunter. Hier müsst ihr so ein bisschen rumhantieren. Aber es gibt auch ein paar versteckte Sachen. Wie zum Beispiel jetzt hier bei der Qualität. Dort steht ganz oben Qualitätskontrollmarge. Warenqualität wird leicht erhöht. Bei einem unerwarteten Fall wird die Warenqualität zusätzlich erhöht. Wenn wir jetzt darauf klicken und das jetzt erstmal wegmachen, weil ihr könnt jetzt nur bis zu drei Sachen, beziehungsweise bis zu zwei, je nachdem, wie weit ihr halt im Kundenzyklus vorangeschritten seid, dann werden wir sehen, wo meine Kamera gerade drauf war, überraschendes Ereignis haben. Und dort kann auch manchmal unerwarteter Fall stehen. Das ist ein bisschen verwechseln, weil ich dachte jetzt, da ist gerade ein unerwarteter Fall. Ist allerdings nicht der Fall. Aber falls das der Fall sein sollte, wie im Zyklus davor, habt ihr hiermit einen höheren Boost. Also, ihr könnt hier so ein bisschen rumprobieren. Und ich finde, das ist echt eine nice Sache. Schon wieder leider temporär. Ich wünschte, sowas könnte man dauerhaft irgendwie einbauen. Irgendwie denke ich mal bei solchen Sachen an die Kanne. Was sagt ihr? Ich meine, in der Kanne wäre doch das gut, wenn man so etwas dauerhaft hätte. Man könnte dann die ganzen Charaktere, die man selber hat, dort quasi als NPCs reinstellen. Und die interagieren dann halt mit unserem Shop und dort müssen wir dann die Effizienz anpassen und so weiter und so fort. Fände ich ziemlich nice, wäre ich niemals drauf gekommen. Selber sind sie drauf gekommen, machen es allerdings leider temporär. Aber für den Fall, dass ein überraschendes Ereignis ist, müsst ihr einfach nur raufklicken unten links. Und danach eskaliert Bernhard komplett und sagt, es gibt einen Notfall. Hilfe, Hilfe, eine unbekannte Person ist im Laden erschienen und hat ein Paket und einen Brief dagelassen. In seinem Brief hat er davon erzählt, dass unser Wohltätigkeitsverkauf ihn an seine eigenen mittellose Kindheit erinnert. Es war gedankenvoll und bewegend. Ein Notfall. Er wünschte, dass jedes Kind glücklich und zufrieden aufwachsen könne. Deshalb spendete er ein eigenes Weingelee, Gummibären und Habseligkeiten, die verkauft werden konnten. So was haben wir zum ersten Mal erlebt. Hey, man ist etwas gerührt. Aber nur etwas. Neue Ladenstrategen. Wir haben jetzt neue Strategien für unseren Laden. Das sind übrigens hier oben diese Sachen, die ihr jetzt hier dran sehen könnt. Hier gleichmäßige Optimierung, Effizienz, Dienstleistung, jeweils haben wir überall ein paar weitere Dinge. Wenn ihr dann auch irgendwann so weit halt seid, habt ihr es eigentlich auch leichter, mit weniger Kosten das Ganze hier zu füllen. Erst einmal haben wir 80.000 Umsatz geknackt. Schnappen wir uns das. Aber ganz, ganz wichtig, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier aus diesem Zyklus raus und zeige euch, warum es wirklich so wichtig ist, dieses Event zu machen. Also zum einen bekommt ihr dadurch Festlichkeitspunkte und die sind gut, weil wir zum einen diese Waffe hier bekommen und Materialien, um die Waffe dann noch kostenfrei zu verfeinern. Ich finde diese Waffe sehr gut. Ich habe sie schon auf Stufe 80 gebracht. Dazu wird auch noch ein Video folgen. Auf keinen Fall verpassen. Aber ich finde, das hier oben rechts ist das Wichtigere hierbei. Wenn wir da raufklicken, sehen wir, wir bekommen eine Krone. Ist ein bisschen versteckt, ja. Aber solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Die Krone sich zu schnappen, ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Primal Gems. Aber das Allerwichtigste hierbei ist, finde ich, die Krone. Und dafür müssen wir sehr viel Geld schaffen. So, das ist die Ausgangslage. Warenqualität, fast. Betriebseffizienz ein bisschen hinterher hängen und Dienstleistung geht auch so. Also, beim Reiter Qualität steigert ihr prinzipiell die Leiste für die Qualität. Das gleiche gilt für Effizienz und für Dienstleistung. Es gibt dann zwar so ein paar Buffs mit Debuffs kombiniert. Wie zum Beispiel Dienstleistung, wenn es stark verbessert. Warenqualität, Betriebseffizienz werden leicht verringert. Klicken wir rauf. Sehen wir, sind wir hier schon durch. Jetzt müssen wir hier nur ein bisschen nachäffen. Würde in dem Fall jetzt vielleicht nicht so gut sein. Geben wir noch die Effizienz. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Zack. Und hier haben wir es gar nicht mehr so weit von den beiden. Wir haben ja noch zwei weitere Slots übrig. Was aber dann am Ende ganz gut ist, tatsächlich die Rückmeldungen. Wenn die Warenqualität ihr Ziel erreicht hat, erhältst du einen Teil der für diese Richtlinie verbrauchten verfügbaren Finanzmittel wieder zurück. Und mit einer winzigen Wahrscheinlichkeit erhältst du sogar alle verfügbaren Finanzmittel zurück. Diese Rückmeldungen, die sollten wir eher benutzen. Zack. Packen wir das nämlich rein und gehen das Ganze strategisch halt an. Ist es wichtig, dass wir nicht einfach so unser Geschäft öffnen, sondern auf jeden Fall, das müsste jetzt hier passen. Und jetzt will ich natürlich auch noch die Dienstleistung raufwerfen. Zwar haben wir jetzt hohe Kosten, aber durch diese Rückerstattung ist am Ende dann unser Plus noch mehr. Und je mehr Plus ihr macht, desto mehr Finanzmittel habt ihr. Weil das geht auch immer weiter nach rechts, um das überhaupt zu füllen. Weil wir jetzt hier sehen, zack. Mir fehlt noch leider so ein bisschen, sonst könnte ich das rein mit den Finanzmitteln einfach nur durch das Plus-Symbol halt erweitern. Aber verzagt doch bitte nicht, meine lieben Freunde. Ich wäre nicht Regan. Wenn ich nicht Regan wäre, machen wir mal nur die Dienstleistung moderat besser. Zack. Brauchen wir nicht mehr viel und wir sind dabei. Auf keinen Fall deutlich so drüber gehen. Ihr verschwendet damit einfach nur Geld. Es reicht, wenn ihr vollkommen nur auf der Linie drauf seid. Dann eröffnet ihr euer Geschäft und sagt, ich bin ultra krass rich. Zack. Direkt zum nächsten Zyklus. Ich finde das echt nice. Mir macht das voll Spaß. Und alle zwei Zyklen, soweit ich weiß, habt ihr noch die Möglichkeit hier oben rechts, eure Freunde um Hilfe zu bitten. Ich weiß, dass Areala ein super effizienter Mensch ist. Deswegen hat sie auch sofort alle Karten auf 100%, sobald sie released sind. Also schnappe ich mir natürlich die Hilfe von Areala. Muss mich gar nicht mehr um die Betriebseffizienz kümmern. Muss nur noch den Rest angehen und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, es ist ein simples Prinzip. Aber auch irgendwie ist es das beste Minigame, das wir seit langem hatten im Genshin Impact. Meiner Meinung nach. Wie gesagt Leute, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Para. Damit ihr euch auch die Krone schnappt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, crazy. Bye, crazy. Bye, crazy. Bye, crazy. Bye, crazy. Bye, crazy.